Ich denke, wir machen dann, er sagt jetzt, Mental Punk Lord. Wir kriegen hierbei, er sagt, auch 600 Trailblaze Punkte. Mal sehen, was der, er sagt, Alan zu berichten hat. Gehe zur Basiszone für den Termin. Du hast Alans Nachricht erhalten. Scheinbar will er sich an dem Ort eurer ersten Begegnung offiziell bei dir für deine Hilfe bedanken. Macht dich bereit und gehe in die Basiszone. Das muss in der Tat irgendeine sehr spezielle Mission sein. Wenn wir dafür 600 Punkte kriegen. Warum sind hier so viele Leute? Was geht hier vor sich? Äh, hallo? Äh, hast du mich nicht gebeten, vorbeizukommen? Sorry, this is embarrassing. We suddenly had some stuff come up. I wanted to take care of it before you arrived, but I can't seem to even get a break around here. Never mind about that. Here, this is for you. I made it this morning and I've been keeping it warm. Ah, du hast gebratenen Reis gemacht. It's just a little something I whipped up. I spent a long time wondering what to give you. In the end, I realized I should stick to what I'm good at. Miss Asta loves my fried rice, so I hope you like it too. Sorry, it's so noisy here. I wanted to find some more quieter where I could get your feedback, but... Ah, so not, no. I'm pretty confident in this dish. Unfortunately, I was a bit rushed at the end. Some big shot suddenly decided to visit the space station today. Everyone has been in a hurry since the announcement. They're all worried that a bad impression could damage Madam Herta's reputation. Miss Asta said that the guest appears to be Madam Herta's research partner. If he's doing research with her, he must be famous throughout the galaxy. Ah, look at the time. The guest is almost here. If you're curious, just follow the crowd. Miss Asta and I will be there soon. Tja, wer wird das sein? Stellarone-Jäger, Mental-Punk-Lord. Herta's Forschungspartner. Ich erinnere mich, dass sie mal etwas erwähnt hat. Eingang zum Aufzug scheint hier in Nähe zu sein. Den sehe ich mir gleich mal an. Oh, wie hieß der jetzt noch? Skrallum? Hieß der, er sagt Skrallum oder Michael? Bin mir jetzt, er sagt nicht sicher. Aber ich glaube, wir haben ein Foto von ihm schon mal gesehen. War das nicht ein Android? Wow, es ist die erste Mal, dass ich so ein Spektakul gesehen habe. Selbst die Top-Rap. Also, dieser Visitor ist... Ahem. Kommt bereit. Hypothesis. Thought always precedes word. Und yet, ich kann nicht finden die words für das Moment. Es ist gut zu sehen, Asta. Ich erinnere mich, 4 Minuten und 13 Sekunden höher als die Appointe Zeitung. Ich hoffe, es ist nicht ein Bother. Natürlich nicht, Herr Skrallum. Willkommen zu Herta's Space Station. No need for formalities, Asta. Herta's Space Station is where knowledge converges. Hier, we celebrate the equality of thought. Such collaboration between organic lifeforms is magnificent and efficient. You're rebuilding the space station far quicker than I could have imagined. We appreciate your high praise, Mr. Skrullum. Would you like me to show you around? Since the last summit, we've launched several new research projects focused on silicon-based matrices. That sounds lovely. But I do have a meeting with Herta, so let's put the new surprises on hold for now. Madam Herta should be in her office. I'll take you there. Right this way. Sure. And you are? Äh, hallo, ich bin Phantom Heart. Ich hab'n Stellaron in mir. Ah, hallo, junger Sir. Ich hab' so viel über dich gehört. Herta spricht über dich oft. Sie ist ziemlich interessiert über dich. Wie bin ich. Was ist es, in Symbiosis mit einem Stellaron zu leben? Ich hoffe, wir haben genug Zeit im Zukunft, um uns zu kennen und zu fragen. Ah, schon in Ordnung. Tja, sehr interessant. Skrullum. Alle hat so viel zu tun. Ich sollte ihn lieber in Ruhe lassen. Die Person da drüben scheint sich am Porträt von Herta zu schaffen zu machen. Äh, was sollt das jetzt hier? Ruhe in der Schattenform der Quanten. Aha. Brauchen wir allerdings jetzt nicht. Aber was ist jetzt so mit dem Typen hier? Leonard. Oh, strange. Es sollte hier irgendwo sein. Vielleicht ist es in der Frau Herta's Porträt geblieben. Huh? Äh, hast du etwas gebraucht? Wenn du das vor dem Tisch schaust, geh einfach durch die Tür. Was machst du da? Warte einen Moment. Ich kenne dich. Ich habe dich mit Captain Arlen gesprochen. Du bist die Räufer der Stärken, die in die Frau Herta hat. Nein, nein. Ich bin Leonard. Ich bin die Stärken, hier in der Spassion. Du wirst sicher wissen, dass diese Ort vorhin wurde die Antimatter-Legion. In der Chaos, die Master-Kontroll-System für die Zonen war verbreitet. Hmm, naja, war es denn eine Dame mit Sonnenbrille? Ich weiß, dass es die Steleron-Hunters ist. Es ist eine Elusive-Gruppe und sehr gefährlich. Alle Mitglieder sind auf der IPC-Wanted-Liste. Sie haben einen Super-Hacker von Punk-Lord. Ich bin froh, dass ich sie einmal zu verabschieden habe. Einmal habe ich sie herausgefunden. Ich habe sie herausgefunden, während ein Prozess der Screening-Prozess. Ich habe mich überprüfen, um sie zu finden, um sie zu finden. Aber ich bin in ihre Trappe. Können Sie sich herausfinden, was passiert? Sie hat mich überprüfen, hat sie ein paar Spam gemacht, machte ein Video-Games open zu der Space Station, und sagt alle, dass ein Idiot-Named-Leon hat eine große Fehler gemacht hat. Ich will nicht denken, dass es. Jetzt haben wir alles gehalten. Ich dachte, dass sie schon auf meinem Fall war. Die Silver-Linung? Madame Herta war großartig genug, um mich zu verabschieden, um diese Sache zu verabschieden zu lassen. Sie will damit eigentlich nie etwas zu tun haben. Sie will damit ein paar Spiele-Linung. Sie wissen, Madame Herta, wenn sie wirklich interessiert in etwas, es geht nicht darum, was jemand anderes zu sagen. Die Leader haben mir eine Möglichkeit gegeben. Wie kann ich nicht es? Wenn ich mich für meine Fehler gemacht habe, einen guten Job machen kann, dann könnte ich mich für eine Chance haben. Ich habe eine Chance für mich zu verabschieden. Diesmal, ich versuche, zu starten von innerhalb der Space Station und zu sehen, ob ich ein paar clues zu finden, um den Intruder zu finden. Vielleicht kann ich den Blindspot habe ich vorher vergessen. Ich habe ein Decoding-Programm gemacht. Look! Es sieht aus wie eine Kamera, aber es ist eigentlich ein Detektor. Wir sollten sie finden, zu finden, mit ihnen zu finden. Just like this. L-Lennart richtet den Tektor zur Wand. Und? Oh, uh, uh, that's, uh... Ein Wassertropfen? A drop of water? Why do I feel like... It's more like a drop of sweat. Unbelievable! Why would something like this be in the Space Station? The staff wouldn't even dare scribble on the wall, let alone leave... a drop of sweat! So, this is what we're looking for? This... suspicious evidence? It wasn't what I was expecting, but... Wait a second... Uh, let me take a look. Oh... Oh, I see. This is digital graffiti, that appears to represent... ...Punklorian-Symbols. If I'm not mistaken, this should be some kind of... automatic encryption. We need to decipher it, if we want to find any culpatory evidence. Was hat das mit mir zu tun? Uh, you got me there. I got caught up in our conversation. I wasn't paying attention. Let me think. Uh, maybe I've been under too much stress recently and I subconsciously want a friend. Anyway, if I were to find clues related to the Stellar on Hunters, wouldn't that be helpful to you too? Ah, just do me a favor. It won't take up too much of your time. Here. Just point it at the graffiti on the wall. Du ziehst mit dem Gerät auf das Graffiti an der Wand und ein paar... Irgendwas kommt jetzt. Auf einmal implodiert das Muster und verschlingt die Umlegenden... Was? Das war ein bisschen zu schnell. Why are there Void Rangers here? Try hard sometimes. Watch this awesome movie! The true night in there. Reveal this. Sanctuary is but a vision. Break! My turn! Annihilate. That... That scared me to death! Did you see that? It seemed like something popped up here, then Void Rangers jumped out! But look! Just like I guessed, this graffiti is encrypted! If we decipher it, we can see some hidden information. The surveillance camera captured her face. Silver Wolf. It's exactly the same as the photo on the IPC's wanted list. Let me see what she was up to. Is this a transmitter beacon? Oh, I see. She probably ran into the antimatter legion during the invasion. Then used this beacon to teleport the enemies somewhere else. We accidentally activated the beacon again just now, and they were brought back. Geez! Stellar-on hunters have the ability to stow enemies away like that? Beacon transmission that doesn't require a power source and can be implemented solely through computation? No wonder they were able to break into the space station. With this... I'm afraid not even Madame Hurtas office is safe. It's not only impressive. How should I put it? She can edit reality as freely as she could edit a program. Sounds unbelievable, doesn't it? I always thought it was fringe science and that nobody other than the masked fools believed it really existed. There's a strange signal nearby. Maybe it's another piece of graffiti. Look, a bear! They even put down a question mark. They must be making fun of us. They could fit into the base zone. Yep. There's only one... Uggggh, hat er wieder geschehen? Diese Sache stammt weg, wenn ich es entdeckte. Sie muss hier ein bisschen stoppen bleiben. Wir schauen uns mal. Kannst du mir mal ein bisschen Spaß machen? Unsere letzten paar Operationen sind ziemlich doll. Sie macht es so einfach einfach. Ist sie wirklich auf die Curio Collection Index? Mit wem redet sie? Tja, suchen wir halt nach den Informationen aus Part 1. Tja, es macht wirklich Spaß. 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 Und es macht wirklich Spaß. Es macht wirklich Spaß. Es macht wirklich Spaß. Es macht wirklich Spaß. Ich verstehe diese Art und Weise. Aber es scheint, diese Graffiti... ...might haben wir geblieben für uns für uns, wie ein Klub. Die gleiche Sache auch passiert. Und die letzte Mal auch. Ich war so nahe zu dem Target, aber in der letzten Behandlung der Informationen wurde. Wir sollten uns darauf konzentrieren, was jetzt vor uns liegt. Sie sind richtig. Es hilft, es hilft, es hilft, es zu sehen, die Körpersen. Danke. Ah, sie sieht, dass sie weg ist. Wir lassen uns weiter. Wir lassen uns weiter. Wir lassen uns weiter. Wir gehen auf die Monitoring-Roll. Menschens Kinder, jetzt sind hier sogar Sparschweine unterwegs. Scheint aber jetzt wiederum, er ist ja auch ein Goldenes zu sein. Panta soll jetzt um einiges interessanter sein für die Belohnung. Ja, ein bisschen Stellariade ist doch natürlich immer gut. Oh, ja, hallo Hertha. Oder sagen wir vielleicht... Ah, ein anderes Graffiti. Sie sind auch alle anders. Sie hat wirklich ein paar Gedanken in das. Und das ist streng geheim. Externe dürfen nicht herausfinden, dass die Dinger mir gehören. Du musst erst eine Geheimhaltungsvereinbarung unterschreiben. In Ordnung, unterschreibe. Sehr gut. Du nimmst das Blatt Papier und den Stift, den Hertha dir entgegenhält. Das Papier besteht aus absonderlichem Material, auf dem die Tinte sofort trocknet. Als du die Spitze des Stifts vom Blatt nimmst, wird dir etwas mulbig. Du sollst dir bewusst sein, dass es sich hier um mehr als nur eine rechtlich verbindende Vereinbarung handelt. Du musst das Gesetz des Imaginären befolgen, das über den Gesetzen der Gesellschaft und der Natur steht. Nicht einmal die EFK kann sich darüber hinwegsetzen. Äh, das Gesetz des Imaginären? Es ist das Gesetz des Universums und der Welt. Das einzige Gesetz, das man nicht brechen kann. Jetzt, dass du die Vereinbarung unterschrieben hast, kannst du mit meinen Änderungsblasen tun, was du willst. Achte bloß darauf, dass dich die Wesen vom Garten des Gedächtnisses nicht dabei sehen. Obwohl ich glaube, dass es auch kein Problem wäre, wenn sie sich erwischen würden. Äh... Änderungsblasen? Änderungsblasen... Der Garten des Gedächtnisses hat Wege, die Änderung anderer zu stehlen. Sie haben eine Sentiention-Membran geschaffen, um Änderungen einzufangen. Die Membran umschließt die Änderung wie eine Seifenblase, wenn man sie einfacher transportieren kann. Sie haben auch eine noch fortschrittliche Technologie, die sich Lichtkegel nennt. Damit können sie mehr als nur Änderungen einfangen. Es ist traurig, aber da ich nicht den Segen des Eons Fuli habe, kann ich diese Lichtkegel-Technologie niemals meistern. Okay, kann ich die Blasen jetzt berühren? Klaro, berühre sie einfach mit deiner Stirn. Vergiss nicht, dabei die Augen zu schließen, sonst wärt ihr schwindelig. Nett. Aber jetzt ist mal weiter mit Mental Punk Lord. Wir sind ja jetzt schon fast beim Ende angelangt. Könnte es sein, dass der Bildschirm kaputt ist? Hast du nicht gesagt, dass du ihn selbst gebaut hast? Oh, wir sprechen darüber später. Hold on, ich habe es. Es könnte sein, ein Kürio-Technik. Es gab ein pre-established, folded space hier, und die Intruders gefunden haben und haben sie verabschiedet. Es ist nicht so, sie ging durch die Kürio-Kollektion-Index. Diese space ist verbunden mit der Stellar-On-Ru. Du sie noch nicht erinnern? Das ist wo sie die Stellar-On-Ru inside du. Kaff... Kaa... Huh? Was hast du mitgebracht? Hm, warum würden sie dich hier verlassen, wenn ihr Ziel war, dass die Stellar-On-Ru? Mit ihren Möglichkeiten, all sie brauchte, war es ein anderes Beacon machen. Sie hätte es nicht mit der Stellar-On-Ru. Sie hätte es nicht möglich sein können. Und wer in der Stellar-On-Ru ist, nicht nur die Stellar-On-Ru. Aber es ist nicht möglich. Es ist ein Schatz-O-On-Ru. Wir haben hier nicht geschehen. Es ist kein Schatz-O-On-Ru. Es ist ein Schatz-O-On-Ru. Es ist eine Schatz-O-On-Ru. Es ist eine Schatz-O-On-Ru. Ja, das stimmt. Entschuldigung, das war besser in meinem Kopf. Es war ein Schmerz, wenn du dich in einem Ort wunderschön bist, in einem Ort, der dir komplett nicht bekannt ist. Ich kann mich nicht helfen, aber ich fühle mich, dass es mehr gibt. Ich hoffe wirklich, dass ich etwas für dich finden kann. Insofern fühle ich mich so schlecht, wenn du dir so viel Arbeit machen, für nichts. Je mehr darüber sprechen, desto besser fühle ich mich. Ich sollte wahrscheinlich etwas finden, was ich tun kann. Hmm. Es ist ein Rating Pistole hier. Ich wundere, was meine Rating wäre. Woah, hier! Es ist ein Schmerz-Axis-Log in der Rating-Pistole. Es sieht aus, dass die Lager-Log-Zeit stattfindet, während der Legion's Invasion. Die Forscher würden schon dann schon Evacuiert werden. Es wäre sie? Woher? In welchem Fall? Sie hat sie nicht sofort verlassen. Sie hat die Stellarone in dir geplant, und dann hat sie mit der Rating-Pistole für ein Zeitpunkt gelegt. Könnte es so sein, dass... Ich habe gerade etwas gedacht. Wir müssen in die Kurio-Kollektion-Räume auf der anderen Seite gehen. Rettungspistole. Dann eine gesagte Freudenfilter-Set. Irgendwas anderes. Noch irgendwas anderes. Eine Ulkmuschel, aha. Witzig. Naja, gut. Hmm... Nein? Das ist jetzt irgendwie nicht richtig? Einfach wie ich dachte, sie war hier. Okay, die Gedankenblase schaue ich mir, sag später mal an. Aber was haben wir jetzt hier? Ein kaputten Schild, würde ich mal sagen. Eine Anspielung an Genshin Impact. Ein paar Schwarzgefiederflügel schämen in der Luft. Etwa auf Höhe eines erwachsenen Menschen, als würden sie fliegen. Du stellst dir die Gescheite eines Abenteuers vor, der mit den Flügeln schlägt und sich mit dem Wind erhebt. Du spürst den Wind, dieser warme und einladende Wind bläst dir ins Gesicht, spürt mit deinen Haarspitzen und erfüllt deinen Körper. Der Wind lässt sich über Berghärten und weite Ozeane fliegen. Im Hintergrund drehen sich Windmüll und du hörst Härtenlieder. Vor dir fallen Sternsturm herab und der Schnee glitzert. Du öffnest deine Augen und erwachst aus deiner Fantasie. Die schwarzgefiederten Flügel schweben weiter, als würden sie eine Geschichte erzählen, als würden sie eine ganze Welt zum Klingen bringen. Wer hätte jetzt gesagt damit gerechnet, dass hier eine Anspielung auf Genshin Impact ist? Naja, vielleicht gab es hier auch irgendwo noch eine Anspielung auf das vorherige Spiel. Honkai Impact Third. Vielleicht gab es hier auch noch irgendwas. Nur bedauerlicherweise wüsste ich ja, er sagt nicht, was hier von der Anspielung sein könnte. Ich habe gerade erinnert, dass Madame Herta ein Spielkartridge namens Punklord-Mentality in ihrer Kassette hat. Ich glaube, ich habe sie in der Universensimulation gesehen. Die Kassette meine ich, glaube ich. Oder? Du erinnerst es, richtig? Es ist eigentlich auf der Liste von missing Curios. Ich konnte nicht die beiden zusammenbauen. Wenn der Hacker ein persönlicher Objektiv hat, außer der Stellarons-Hunter-Mission. Ich habe es. Ich habe es jetzt. Die Stellarons-Hunter-Mission war nur ein Cover für sie. War sie in Wirklichkeit hinter der Kuriosität, Herr? Das ist richtig. Sie war so interessiert in den Curio-Kollektions-Index, dass sie in der Spacestation stand, sogar nachdem sie ihre Mission complete war. Das war das, was sie wirklich nachher war. Sie wusste, dass wir die Stellarons-Hunter-Mentality suchen würden und sie als ihre Cover benutzen würden. Sehr smart. Zu jemandem von Punklord-Mentality zu erwartet werden. Hold on, though. Something doesn't add up. The Curios are Madame Hurtas most prized possessions. All the visit requests are sent to her office from the computer in the main control room. Some researchers tried to gain access to the Curios for research purposes once, but they didn't get proper authorization. Is it möglich, dass der Haupt-Kontrollraum auch gehackt wurde? You got me there. But with the skills of this hacker, I do think it's possible. We should go and check the main control room. Wait, don't move. Oh, I get chills just looking at the Spacestation-Monitors now. Let me investigate first. Just perfect. Not only did she shut off all the access-logs, she shut off all the terminal-transmissions too. I thought it was Legion that did this. Let's focus on the main task first. I am curious, though. She paused the terminal-transmissions, but didn't touch the local data at all. I really don't get her. As a Stellaron-Hunter, she leaves the Stellaron behind. As a hacker, she doesn't delete the local log. Hmm. There's an external port here. I'm going to plug in and take a look. Ah. Das könnte eine Falle sein. Relax, friend. I've done this a million times. Look at this agreement. Wie du geführt hast, leuchte einen Leichtstrahl auf und die Gegner kommen raus? Ja, die Gegner kommen raus. Man sollte sich halt, er sagt, nicht mit einer professionellen Hacker-Man anlegen. Die darüber hinaus auch noch unseren Körper erschaffen hat. Trotz allem waren diese Gegner keine Herausforderung. Sie hat die Kuriosität auch nicht mitgenommen? Hmm. From the way things look, yes. The records show that this curio was last sent to... Madame Herta's office? And then it disappeared? I'm seriously confused. What did she come here for? She wouldn't have put the graffiti up just to mess with us, would she? No. No, if I start thinking like that, I may as well give up now. I have to fully investigate every lead or I'll really be out of the job.